kennt ihr das wenn ihr abends oder so mtv gucken da kommt diese porno werbung da liegt ihr grad zum wetten dann sogar stand wähle blablabla um ein geiles erlebnis zu haben ruf sofort an geile dicke gurken 0900 123456 aha das ist der dünnie ooooh hallo meine lieben leute und herzlich willkommen zum nächsten folge lässt plädoyer kraft Prozent ich bin der dünnie smith aufnahmen aufnehmen tut er auf dem tut der bertrud mit dabei ist der fabio als gast und der benni von käse nach jade ii ist das geht sagen was man so der der einzig wahre kitzkopf wirst du stresst ja ich habe mir leben ja wirklich nur drei leben ja dann schlag mich doch nicht ja okay ich glaube dass ich so laut bin es ist halt emotion team team hier ja wenn ihr hast noch was zu essen für mich nicht mehr ich habe aber ich bin selber von mir ich mache ich meine den ganzen sie sind jüngst wir trennen ich habe das not in deutschland die hunger spiele nex-weiß ich nicht bei der mutter schlachten hier erhält wenn es du uns in der küste er kann ich einfach so sein abteil für mich beansprucht und für viele fahren machen warum machen wir nicht ein gemeinsamer hafen ja das wird auf jeden fall aber ich will ja schon mal für den hafen bauen weißt du noch bei ganz früher mal hexet ne oder wie egal sag ich später Schweine ich hole mal was für essen Dennis kann ich einfach so ein bisschen Teil von deinem Hafen beanspruchen von deiner küste beanspruchen kannst du gern machen okay ich umrande das auch mit cobblestone ups auf was ist es gestellt auf die zu hey 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 ich steu mich gleich tot ich bin echt gleich tot ich generiere mich nicht und habe nur zweieinhalb Leben oh danke oh oh ich hab nichts oh ich hab Apfel gefunden alter kannst du mir ein bisschen was geben ja geil nein die sind vom Baumwicht runter gefallen nein du Streuner nein nein Kleingeld die Beißhaus war genau Kleingeld kennt sie die Folge nicht 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 ne ich guck nie noch nie im Leben hab ich das gemacht boah das gibt's ja nicht spaß dir äh du bist direkt mit LP ausgeschlossen oh egal okay ah egal wir gucken wie hat eh Bun from the server hat immer noch Stein hat immer noch Stein ja ich bau Gott Steiner warte mal Stand ab da kann es einfach runter gehen nein warum sind sie eigentlich so komisch irgendwie hier so Ding ist platziert äh hier so Weizen so komisch mit einem Blöcken da über ja fand ich auch komisch aber das hab ich gemacht warum damit keiner von Weizen herumtrampelt oh stimmt dann wachsen die doch gar nicht weil da kein Licht dran kommt oder ich mach das gleich wieder weg ja warum wachsen warum soll die nicht wachsen hallo ist doch egal Licht eingeschwollte ich mach wieder 2 hölzern da kann es ruhig wir werden aber richtig viele ähm Häuser bauen ne ohja du hast ein Teil mal gestellt ich hab gestellte haben noch elf Minuten ne 12 Minuten so was noch nicht ne warte ne das waren elf Minuten äh 56 oder aber schon aufgenommen ja wie bitte elf Minuten haben wir schon jetzt aufgenommen ne nein 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 irgendwie wäre es geil wenn ich hier eine savanne finden würde weil dann könnte ich ja diesen boden so schön machen ja und dann findest du schon wieder ein tempel und führst uns alle tnt vor und so habe ich nie gemacht kann mich nicht mehr daran erinnern dass ich das irgendwann mal gemacht habe eigentlich was wir essen jetzt komme ich erst mit meinem technischen fortschritt hier war fast zu den waffen hier so jetzt machen wir das und das geile ding hat irgendjemand welche themen worüber wir uns unterhalten könnten also er kann warum was warum ist du nie so gay das ist eine logische da geht es eine logische erklärung und zwar er steht auf männer punkt kann das kann ich nicht verantworten muss er muss sagen er muss denn es oder denis freund ich habe einen schweigen von nun ist glaube ich sauer ja ich habe fleisch also welches thema also warum ist sie ja keine ahnung welche spiele wollte er holen irgendwann so jetzt werden wir hatten ja vertreten voll auf jeden fall ja ja wollten wir machen sehr wohl ich weiß nicht so tut ja 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 und ich wollte er teilten voll und ja ich wollte mir auf jeden fall noch geht ja 55 pc holen ich habe auch wirklich mal gedacht nachgedacht meine ps4 oder so holen soll ja meine alte ps3 Verkauf aber ich benutze ja sowieso bis jetzt nur für wie das gucken aber also und das ist das für mich endlich fast gar nicht tut er wenn ich so dass ich es war für die Dirk um nur der jahre für die so zu bekämpfen und zu bekämpfen der Mannes Geld es hat gelingend schon 4 also so ist und er will die Dinger zu bedingten ja ich weiß schon was du meinst wenn man gelockt nicht herrte schweiß gibt es doch das einst du wenn ich ruhig drauf wenn er hat wieder drohen gestern hat die alte kann auch nicht die stimme nicht oder erster über die auf allen ist das mysteriöse entfällt der jahre mystery und ich weiß ja schon wieder drei jahren nicht mehr gibt oder so ne das ist der mystery channel was ist denn der mystery channel hier weiß ich auch nicht der mystery ist es gibt es bestimmt auch irgendwie aufs geil so das ist ja so viele scheiß ami sendung hat das also wie hieß das aber diese eine sendung das ist richtig die diggers die diggers ja die haben die suchen immer damit sind die hinsen die den diggers also jesu nein nein ja genau irgendwie so war der genau aber nicht die nicht so die 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 es mehr wie haben sie so sieht die detektor als ein boden nach komischen wenn die öfter komischen Löffel für 50 Euro oder sowas beste Leben ja das ist so behindert also ich kenne die Goldsuche 50 Goldfinder von Alasker Alter bei dem auf dem Max jeden Tag das ist so ein Sender den ich fast nie gucken möchte das ist aber bei dir ne dem Max aber ich was nicht los an das Kassel ins Meer hätte das ist geht ja ähm äh oder das ähnliche Schnee die Sonja hier dieses Tausende ins Gras zu beißen das ist geil das ist geil kommt auf dem war wenn ich eigentlich verlegt dass die Füße sind ja ich kann noch richtig viele ich kann ja auch ein paar aufzählen ich bin mir auf viele ich habe auch richtig viele ja ich kann die nur noch vor allem diese scheiß Kinder oder kennt ihr das wenn ihr abends oder so mtv gucken da kommt diese Pornowährung ja die Kratzer Wetten dass er das bleibt viele blablabla um ein geiles Erlebnis zu haben ruf sofort an geile dicke Gurken 0900 123456 oder alle die 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 ja ich glaube das ist der benni ja auf ich habe ja ein bett dann auf einmal dann liegt dann guck der benni liegt dann immer so auf einmal geht auf einer bestimmten punkt die decke nach oben und würde sich hessenthalter 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 an seinen zählen noch mal hoch und hoch und über den Zwergen kennen die das immer mit den Mützen ja 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 außer beim Otto immer da ging es nicht ok der Family geil ja klar ja Sigi boh ne bitte nicht ok Sigi wo hast du die Kohle? ach so das ist alles Kohle geh weg ja ja ich 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 muss aus dem Haus bauen ah Oboa und vierten Holz gefunden die G hat sich das komisch an er ja ein Bild wird Nürnberg gemacht man just a little bit er wird haben sie so singen für mich nicht ach 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 n 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 ja ich hab meinst fast mit Fenster nur gemacht alter was auch nur ein so gut wie nun ich habe fast eine Art Fenster mein Gebäude Kruselmann Kruselmann holi 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 holz jetzt legen man ist es denn so schwer er wurde gleich mit dem Euro Oboa 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 ich will die knochen ja auch gibt die knochen haben das man ist die alter ich verschwende man ganze schwert darauf jetzt ich wollte ich wollte dich retten ich wollte den knochen wenigstens ich möchte denn als symbol dass ich dich gerettet habe von ihr als ein geschenk so wie war ruhig einmal aufgeschlagen ich habe mir jetzt einmal draufgeschlagen hör auf siehst du da ich dich mit den knochen geschlagen hast die pfeile aus deinem körper verschwunden bei sich um eine meine meine der immer so ich schlage für die ganze was machst du im letzten moment das ist ein guter ist wieder bei mir ich habe gerade uns an der röhre tot wie gerade wieder weg und eine ähreinigung scheiß knochen verkraftet als noch ein Moment ist aber er kann ich denke derzeit in seiner Brotte als Friedensangebot okay wenn er selber ein ich nehme mir selber es gibt er er ist das an meiner Freundschaft der Frage bestätigt es wäre das freude und dieser Reise Freude ja gut da kriegst du auch nicht mehr also noch die Wuren so ein bisschen mehr gebraucht werden wollen wir dann auch mal eine Farben machen hier sind die Form zu machen oh ja oh ja wenn man schon die vorhanden wenn die maße oder was sie machen bald machen wenn ihr was gar kein spaß mit zusammen zu spielen er war immer die kohle ich gebe mal die kohle ist bitte zu dort weil ich habe verloren ja ich habe minus 280 das war ich ganz sicher das war 80 und das war die erste kiste ok ja oder oder nur noch nachdem wieder euer hausstehen und speed zombie die wtf speed zombie wie sie eigentlich alle haben schnelle welche spielgastuf war weiß ich nicht ja normal ja wenn es nicht geändert hat wahrscheinlich noch mal hier geht aber wieder der hunger ist immer so schnell weg ja ja normal weil hat man jetzt haben bis geschlacht ich habe fünf schafe getötet und ich habe nicht nicht eine einzige wolle bekommen du ja ich habe ich habe ich habe über 9 wolle also wenn ihr schon eins also alle für uns reichen die 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 reinhaut wie agro der wird tut ich habe aber wie haben wir agro der wird ja ich schlag den ich schlag den zweimal mit der forse und der schlägt mir erst nur zwei mal sein schwer zwischen die fresse sehr gut so wo ist der monger was sagt dass er plötzlich fast getötet ja habe ich gar nicht ich hätte fast was denn ja ich hatte fast getötet ne und du schlägst mir fünfmal erschwerten die schnauze die stürzte und ein müde ich glaube weil du mir noch eine verpasst das ist glätt bei deiner mutter nicht nur im grünen so leid ihr denn alle ob man guck mal hier kann man ja immer im haus aber die er hier kommt er herritte wenn die andere hoch die die Karte hoch das gibt es eine besprechen muss nie gilt wir müssen alle meine besprechen muss ein Igel das ist schön das ist es nicht reich er auf der ganzen Welt ja 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 ich meine ganze formte stein steht die Käse Kürchen vorunreinigt die Welt geht das auf er gibt es mal oh Gott man also soll ich jetzt den Boden ich glaube ich mache den Boden doch aus vier Sekunden 9 8 7 6 chillt chillt 3 2 1 und ok Leute das was mit dieser Folge ja warte doch mal das Video doch auch präsentiert mal hier mal hier die Molle die die dem 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 vielleicht kommt die Gamer oh fuck 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 Creeper können wir nicht sein bei dem Auto Auto Meteor geteckt detektor detektor solange ich weiß nicht monetarisieren was eh unnötig ist ja 60 Prozent ist die Folge zu Ende oder jetzt ist gleich die Folge zu Ende ok Leute ich würde ich würde schon mal etwas sagen dass Prozent das was mit dieser Folge ich hoffe sie hat euch gefallen bitte lasst doch ein Dauer hoch da und wenn wie eure wenn wir und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt dann abonniert uns doch bitte oh got und Und tschüss. Tschüss.